Hi, ich bin Julia von der Stiftung Bürgermut und wir als Stiftung versuchen so nachhaltig wie möglich zu agieren und das bedeutet auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit immer mitzudenken. So drucken wir zum Beispiel kaum mehr Dinge aus, auch unsere Publikationen veröffentlichen wir nur noch als E-Books und ja, wenn überhaupt, kann man die On-Demand drucken, so vermeiden wir Überproduktion und unnötigen Papierverbrauch. Aber trotzdem muss man auch immer wissen, Digital ist nicht immer besser. Jede E-Mail zum Beispiel und jede Chatnachricht, die muss ja irgendwo gespeichert werden und zwar auf dem Server und die verbraucht Strom. Deswegen ist datensparsames Arbeiten das Stichwort, die wir mal nochmal ein zweites Mal nachdenken, ob man schreiben muss und natürlich regelmäßig den Chat verflöschen und E-Mail-Account aufbauen.